Hallo meine Freunde, der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen. Heute gucken wir uns an, ich überrasche meine Freundin am Valentinstag. Ja, gucken wir mal rein und ich hoffe, ihr hattet bei euch auch einen wunderschönen Tag. Hier war es mega warm, wirklich mega warm, deshalb, ne, nix an. Weil wir auf Arbeit haben alle rumgemeckert, hier waren wir, hm, ist doch voll kalt. Ich so, hä, gehen Sie da, geht doch mal raus, wie warm das da ist. Aber gut, das ist eine andere Story. Achtung, wenn ich meinen Wecker auf 8.30 Uhr stellen könnte, dann würde ich 50 kreuzig machen. Ey, 8.30 Uhr, ey, das wäre so schön. Da wäre ich einmal im Leben mal wirklich ausgeschlafen. Das wäre so unfassbar geil, wenn ich meinen Wecker auf 8.30 Uhr stellen könnte, ohne Mist. Guten Morgen, Freunde. Ich bin gerade auf dem Wort. Und heute mit einem geiles Video. Das hier wird wahrscheinlich das coolste Video von meinem YouTube-Channel. Ich habe eine Beziehung, eine Fernbeziehung, wie einige von euch bestimmt schon mitbekommen haben auf Instagram. Und es ist Valentinstag in zwei Tagen. Das Problem ist nur, am Valentinstag muss ich nach Berlin fahren, auf ein Videodreh. Großes Projekt, das wird sehr nice mit Jonas. Ich weiß nicht, ob ihr Jonas kennt. Ich meine Freunde, sie sind jetzt knapp ein halbes Jahr zusammen ungefähr. Das bedeutet, das war unser erster Valentinstag zusammen. Damit wir uns aber doch zumindest ganz kurz sehen, habe ich mich entschieden, heute den ganzen Tag Zug zu fahren, zu ihr zu fahren, für einen Tag. Und werde sie bei ihr zu Hause überraschen. Sie hat keine Ahnung. Als ich ihr erzählt habe, dass wir uns jetzt über einen Monat nicht sehen und auch am Valentinstag, habe ich eine Bildschirmaufnahme gemacht. Und sie hat halt einfach... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde im Video da oben die Steckdose, finde ich voll interessant. Ist total bescheuert, aber ich finde die Steckdose da oben sehr interessant. Weil ich mir so denke, was kann man... Also was sollte man da oben reinstecken? Also... Handy laden, also ne? Akku? Wäre doof. Vor allem, wenn der Tisch so übersweit steht, der Nachtschrank, so. Würde von der Länge her nicht passen. Das Einzige, was dann hier oben anschliegt. Gut, wenn man da eine Kommode stehen hätte. Gut, da könnte man eine Lampe draufstellen. Aber ich finde... Ich habe einen Kollegen von mir, der wohnt in wirklich einem übelsten Altbau. Und der hat eine Steckdose. Das ist total bescheuert. Ihr müsst euch vorstellen... Ich weiß gar nicht, wie hoch sind die Wände? 4 Meter, 3 Meter? Ja gut, 3 Meter. Ja doch, 4 Meter. Und der hat so auf 2,80 Meter so hat er eine Steckdose. Da muss der mit der Leiter hoch. Was sollte man die Steckdose benutzen? Das ist total bescheuert. Ich finde, solche Sachen, da muss ich immer mega feiern. Da denke ich mir so, was haben sich die Ingenieure dabei gedacht? Da muss man sich ja was dabei denken. Ach ja, hier zieht bestimmt einer ein, der 2,80 Meter ist. Da braucht auf der Höhe eine Steckdose. Das ist so bescheuert. Ich habe angefangen zu weinen, weil sie mich so vermisst. Ich habe das gefilmt, ich kann mich das einmal hier zeigen. Ich muss jetzt direkt los und packe gerade noch fertig. Auch für den Videodreh in Berlin, weil ich direkt von ihr nach Berlin fahren muss. Das ist eine Menge Zug, aber es lohnt sich. Das war aber jetzt schnell ausgesuchte Blumen. Boah, wie viel Blumen. Boah, ich bin jetzt ein Zug. Ups, ich bin vor allem nicht scharf. Also, ich bin jetzt im Zug. Das sage ich übrigens zu meiner Kamera auch nicht. Wieso bin ich nicht scharf? Aber witzigerweise ist, der Fokus ist komplett richtig. Das ist einfach mein Aussehen. Das ist einfach mein Aussehen. Dagegen kann ich halt nichts tun. Da kann ich meine Kamera so scharf stellen, wie es geht. Und den Fokus ausstellen, dass alles fokussiert wird. Kann ich auch mit der Kamera. Ja, bleibt trotzdem unscharf. Witz am Rande. Und jetzt wird erstmal Zug gefahren. Ganz lange Zug gefahren. So, ich bin jetzt in Warnung, da wo sie wohnt. Ich bin angekommen. Das Bett ist für ihre Mom abgeholt. Hoffe, dass ihre Mom ihr nichts erzählt hat. Und dann geht's gleich los. Freunde, ich bin jetzt bei Annika auf ihrem Bett. Und sie ist noch in der Schule und wird um 14.45 Uhr abgeholt. Und es ist dann so um 15 Uhr hier. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was ich ihr als Geschenk für den Valentina gekauft habe. Mit Ausnahme davon, dass ich überhaupt schon da bin. Und zwar einen riesigen Teddybären, der nach mir riecht. Ich habe da so mein Parfüm drauf gemacht und sie liebt dieses Parfüm über alles. Also diesen Teddybären als erstes geschenkt. Der ist so geil, der lieber. Einen Bilderrahmen, der eine Herzform hat. Wo nochmal sechs kleine Bilderrahmen drin sind. Mit Bildern von mir und ihr. Dann habe ich nicht eine Packung Pralinen. Nein, ich habe zwei Packungen Pralinen gekauft. Und wenn das schon alles wäre, dann kennt ihr mich nicht. Ich habe hier nämlich noch einen Blumenstrauß Hosen. Beziehungsweise eigentlich habe ich hier zwei. Beziehungsweise eigentlich habe ich hier drei. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich hier vier Blumen. Vier Strauße. Vier Strauße. Vier Rosensträuße. Strauße? Egal, also vier Rosensträuße gekauft. Also, zwei Parfüm Pralinen. Die Bilderrahmen. Der Teddybären dann auf mir riecht und wesentlich ist. Und vier Strauße. Das ist übrigens genauso wie, wie, ähm, voll viele sagen ja Büsse. Also, ne, anstatt, ne, ein Bus. Und dann sagen voll viele, ähm, ich habe heute zwei Büsse gesehen. Habe ich damals übrigens auch gesagt. Das heißt ja, äh, zwei Busse. Ist aber genauso wie die Leute. Die finde ich auch immer übelst geil. Äh, grüße gehen raus. Du weißt, dass ich nicht meine. Diese Diskussion hatten wir schon öfters. Ähm, die zum Beispiel sagen, ähm, ich bin Linkshändler. Ja, also nicht Händler, sondern Linkshändler finde ich immer so geil. Habe ich damals auch immer gesagt. Dass ich Linkshändler bin. Vier Rosensträuße. Und das bau ich jetzt hier alles schön auf. Und stell verschiedene Kamerapositionen auf, dass ihr seht, wie sie reinkommt. Dass ihr seht von da, wie wir hier sind. Dass ihr vielleicht einen im Flur, wie sie zur Tür reinkommt und so. Ich denke mir jetzt ein paar coole Sachen aus. Ich baue das alles auf. Und ich hoffe, Annika freut sich. Wie viele Kameras er hat, ey. Ich habe eine, okay, zwei mit Handykamera. Ey, wenn Annika gleich kommt, ne, dann werde ich so hart nach Schweiß schwenken. Nach Schweiß stinken. Alter, ich bin so aufgeregt. Ich sitze hier und gucke die ganze Zeit aus dem Fenster, ob sie jetzt kommt. Ey, ich bin so aufgeregt. Ey, ich bin so aufgeregt. Sie schreibt gerade die ganze Zeit so lange Texte, weil wir uns so ein bisschen gestritten hatten. Und ich eben gerade nicht antworte auf WhatsApp den ganzen Tag bisher. Oh mein Gott, es geht los. Oh mein Gott, es geht los. Oh mein Gott, es geht los. Oh mein Gott, ich glaube, sie ist da. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. also was finde ich echt das ist wirklich wahre liebe ich muss ganz ehrlich sagen ich habe zuerst gedacht die tür die hier vorne auf ist das ist die eingangstür ich habe mich gerade erschrocken wo von der rechten seite jetzt gerade in ans bild das finde ich so süß das ist wirklich wahre liebe okay wir werden uns später wieder die melden sich später wieder weil sie jetzt erst mal liebe kinder kuscheln das kann ich jetzt kommen erklären weil kann ich nie geben die machen sachen die die so wir haben jetzt den nächsten morgen und ich muss gleich nach berlin ja und ich habe mich mega gefreut dass er mich überrascht hat also wieso man mein kuscheln nackt ist das müssen weil ist halt so ich bin todmüde ich hab dir tee gemacht dankeschön für alles das haar da hoch machen ich hoffe euch hat das video gefallen die sache ist die wisst ihr wir haben es halt für uns gemacht ich habe es überrascht weil ich sie sehen wollte und ich dachte ich kann auch ein bisschen filmen aber er war jetzt nicht so sonderlich viel gezeigt beziehungsweise wir haben es wir können auf allen youtube channels erwarten dass da halt irgendetwas übel krasses passiert und das sauviel kommt und so die sache ist ich wollte meine freundin einfach überraschen weil ich nicht im balance sehen kann und dachte ich film es ein bisschen damit ihr so ein bisschen das miterleben könnt aber halt auch aber wisst ihr was mich mega stören würde wenn mein kuscheln da kann es ja mal laut werden entschuldigung wenn die eltern irgendwie ein zimmer weiter pennen könnte ich kann ich nicht also könnte ich nicht kuscheln also da 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 müsste man leise kuscheln irgendwie versuchen zumindest mund zu halten beim kuscheln du bist kannst du es wieder hoch machen das haare was war das denn heute für ein problem dieses haare ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen ich hoffe auch soll ich euch was zeigen lieber nicht seht ihr das sorry ich muss es kurz sagen seht ihr das er hat das auch so mein arm fällt ab ich kann nicht mehr halten dein haram mein haram warte achso hier ist ähm mein letztes video da bin ich mit dem bobbycar in den mcdrive gefahren hier in der mitte kann man abonnieren und da ganz hinten rechts da tue ich das video rein wo ich den ganzen tag zu allem was du gesagt hast ja sagen musste gut bis zum nächsten video bis zum nächsten video jetzt muss ich den ganzen tag nach berlin fahren und ich in die schuhe oh das finde ich so ich finde das erstmal cool ähm die videos und den abonnierbutton finde ich sehr cool der gefällt mir ähm vielleicht bin ich farbenblind und ich sehe es gerade nicht ich finde ich so unfassbar muss ich wirklich sagen so unfassbar süß und ähm das sollte man wenn man die person wirklich richtig 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 liebt sollte man das der person auch immer zeigen ähm außer kleinlichkeiten einfach mal ne man muss nicht auf valentinstag warten das habe ich auch schon mal in einem anderen video gesagt es ist auch mal schön wenn man einfach seiner frau einfach mal so einfach mal rosen mitbringt oder mal ein teddy bear oder mal ein parfüm einfach mal so kleinlichkeiten oder auch einfach mal selbstverständlich ich weiß das ist für viele zu viel verlangt aber einfach auch mal den mill raus bringt ne immer hier von wegen dass die frau immer sagt komm jetzt räum mal weg jetzt bring mal den mill raus sondern einfach mal in einer partnerschaft gehört das einfach dazu dass man wortlos einfach mal auch mal was macht was wiedergibt und ich finde die beziehung das ist so ein ganz großes beispiel ähm dass egal wie weit man voneinander entfernt ist dass äh ja liebe keine grenzen kennt also es gibt in der liebe keine grenzen also ihr könnt auch hier äh jemanden lieben in grönland norwegen oder irgendwo in äh kap der guten hoffnung also irgendwo in südafrika oder sowas liebe kennt keine grenzen das einzige was liebe stoppt ist ähm wenn man sich selber grenzen setzt und das solltet ihr niemals tun niemals wenn ihr die person wirklich liebt immer für die person kämpfen immer für die person da sein und äh was auch ganz wichtig ist immer ein offenes ohr zu haben und ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen wir sind definitiv dativ akkusativ in der nächsten aufnahme bis dahin haut rein und tschüss dann jetzt jetzt sie Vielen Dank.